Musik Und der Gewinner des Swiss ICT Award 2011 in der Kategorie Champion ist NOSA Engineering Unser Produkt, das kaufen wir und bestellen wir, wenn es nachher läuft. Man sagt, approved by NOSA, wenn es läuft. NOSA Engineering ist ein Dienstleistungsunternehmen in der technischen Informatik. Wir sind die Macher, wenn wir noch einmal diese gehen, bei einem Kunden eine Lösung anbieten, ein Projekt realisieren, dann kann der Kunde darauf gehen, dass es nachher auch läuft. Ich glaube, unsere Kunden schätzen das sehr, dass sie bei uns auf die Qualität setzen können, dass das, was wir liefern, hundertprozentig funktioniert. Wichtige Beiträge für den ICT Platz Schweiz bringt NOSA in der Lehrlingsausbildung, wir haben dort auch eine eigene Firma gegründet in den NOSA Gruppen, NOSA Young Professional, wo man vermehrt Lehrling ausbilden kann. Der Award sollte NOSA Engineering gewinnen, weil wir wirklich eine geniale Firma sind und es würde uns unheimlich freuen, wenn unsere ganzen Leistungen durch den Award auch gewürdigen würden. Wichtige Beiträge für den NOSA im Auftrag des NOSA im Auftrag des NOSA im Auftrag des NOSA im Auftrag des NOSA. Wichtige Beiträge für den NOSA im Auftrag des NOSA im Auftrag des NOSA im Auftrag des NOSA.